Also, irgendwas stimmt bei dem Haus jetzt. Es ist 1. Dezember. Dezember und der Pool ist noch voll. Hm, vielleicht mögen ja noch manche noch baden. Ich bin hier in der kleinen Hals. Jetzt kann ich auch einfach in den Pool gucken. Ja, alles klar. Okay, dann gehen wir mal rein. Mama, kann ich da ein Geschenk aufmachen? Hm, ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Wie läuft das hier ab? Heute ist der 1. Advent. Heute darf jeder ein Geschenk aufmachen. Wollt ihr auch? Dann lass mir hin. Sophia, Rotznase, komm. Ach nein, schon wieder Rotznase. So, Kinder, dann sucht euch ein Geschenk aus. Ich möchte das... Das hier? Ähm... Das? Jetzt bin ich gespannt. Ne Kamera, wie cool! Ein Buch über Weihnachten, wie cool! Okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Mhm. Äh, Mama, ist das normal, dass es im Haus schneit? Ich habe gesagt, eine Schneeanlage. Wow, wo gibt es die? Äh, keine Ahnung. Die ist cool. Ich mache mal gleich ein Foto. Cool. Okay, ähm... Wollt ihr was trinken? Ja! Okay, dann müssen wir uns hier jetzt anstellen. Ich stelle mich mit den Kindern an. Nimmst du mein Buch, Mama? Ja. Was möchtest du? Ich möchte einmal sowas. Okay, dann einmal bitte sowas. Okay, du? Ähm, ganz normalen Saft. Okay, dann stellen wir uns weiter. Hier drin könnt ihr die Mütze runter tun. Okay. Äh, nimm. So. Soll ich dir vorlesen? Ja. Hallo, servus, grüzi. Hallo. So, einmal bitte sowas. Und ein Stück normaler Saft, bitte. Alles klar. Ja. Danke, Papa. Hier. Danke. Das kostet nichts, weil das hier das, ähm, ja, Winterhaus ist. Ja, da steht hier mit der Schreibung. Kinder, komm, wir setzen uns hier hin. Ähm, okay. Ich mache mal ein Foto. Lecker. Wollt ihr auch noch was essen oder nicht mehr? Ich habe schon noch Hunger. Okay. Deine essen ja noch was. Stehen wir jetzt aber alle an. Kurz im Moment, ich bin ein bisschen überfordert. Ich bin ein bisschen überfordert, aber mir fehlt eh gerade kein Bart. So, alle, die wollen was Süßes, wollen zu mir. Und alle, die wollen was Süßes, wollen zu mir. Ähm, ja, stellen wir uns halt hier hin. So, was wollen Sie hier? Ähm, wir hätten Plätzchen. 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 Ein Kuchen. Ähm, Zuckerstange. Hier. 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 So, gut? Gut. Mama, wir müssen auch noch Plätzchen backen. Ja, wir haben noch so viele vor. Also, erster, äh, Dezember. Dezember, wir haben noch keine Plätzchen. Also, ja, manche haben auch noch keine Plätzchen. Es sind ja noch 23 Tage. Ah, wie cool. Dann nehme ich gleich mal eine Lampe mit. Ohne große 13. Lollipop. Schneemann, ähm. Wow, Mama, hier ist alles so schön beleuchtet. Der Raum gehört mir. Äh, äh, okay. Ihr könnt aber gerne ihre Torte essen. Okay, dann gehen wir mal noch hier hin. Papa, ich habe ein Rotzennasebild gemacht. Hümschen mit ganz viel Bonten. Alter, Kinder, wir gehen, ähm. Nee, ich will jetzt gucken, wie das da. Gell? Ähm, äh, egal. Ich nehme mal deine Kamera. Nimmst du mein Buch, Papa? Ja. Franz, Peter, 21. Wir gehen wieder. Franz, Peter, 21. Hm. Ich, ähm, spiel. Hm, und was mache ich? Schau mal, das ist das gleiche wie bei mir im Kindergarten. Ich kann ja ein Bild malen. So, und fertig. Mama, guck mal, was ich gemalt habe. Schön. Ups. Schön. Cool, das ist ein Problem. So, Kinder, wir gehen jetzt aber langsam wieder nach Hause. Okay, es ist schon spät. Okay, Mama, willkommen. Die Spielsachen lasst du bitte da. Das Bild können wir ja mitnehmen, weil Franz, Peter, ähm, hat es ja auch mitgenommen. Mama, können wir hier mal wieder hin? Ja, wir können gerne hier nochmal hin. Können wir gleich morgen nochmal hin, weil morgen ist ja der zweite und da können wir dann ja nochmal ein Geschenk aufmachen. Ja, müssen wir mal gucken. Morgen wollt ihr ja noch Plätzchen backen, oder? Mhm. Da gucken wir einfach mal. So. Hier ist das Bild, wo soll ich das hin tun? Hm. Hm. Wollt ihr es in euer Zimmer? In meinem Zimmer, ich habe es ja auch gemalt. Okay, dann tue ich das eben mal in dein Zimmer. Ich kann, wenn du willst, dir eine Geschichte erzählen. Gell, Leute, das Ding tun wir ja hier hin. Nicht ins Feuer, Papa. Ähm. Ja, ich meine vorne an den Tisch. Wie das wohl da reinkommen ist? Egal. Äh, gell, Kinder, ich bin ober. Okay. So, fertig. Ähm. Alles okay. Wo schnell, man hat nur die beste Zeit. Ach, nö. Ich muss nur mal hochgehen. Oh Gott. Egal. Ich tue mal hier noch mal den Stuhl bisschen verruggen. Und dann mache ich noch mal die restlichen Kästchen hin. Okay. Ich glaube, so viel Tüchen rechnen erst mal. Es ist ja noch nicht der 24. So, ich glaube, jetzt hat es perfekt Zeit. Okay, gut. Kinder? Hm? Ach, ihr seid beschäftigt. Alles gut. Okay. Na, was kam bei euch beim ersten Türchen? Rausschreibt gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.